Herzlich willkommen zu den BNEWS am Samstag. Ich bin Froschi, der Frosch und ich bin die Vertretung für David. Der hat sich nämlich den Fuß gebrochen und kann deswegen diese Woche nicht. Ah, Applaus, Applaus, Applaus. Könnte voll Puppensprecher werden. Herzlich willkommen meine Damen und Damen zu den BNEWS. Letzte Woche war der Last Man Standing Event und wie alle da mitbekommen haben dürften, habe ich mir gehörig wehgetan. Ich zeige das mal ganz kurz in die Kamera. Ich war nämlich gerade beim Arzt und habe hier drunter einen schönen Verband, auf beiden Seiten sogar. Bei den Proben ist mir da tatsächlich ein Segway auf den Fuß gefallen, also irgendwie so 100 bis 150 Kilo oder was das wiegt, komplett drauf. Weil ich irgendwie, wir wollten ja Segway-Lanzenstechen machen und ich bin gegen Chris gefahren und Chris hat mich hier irgendwie berührt. Dadurch wurde meine Lanze nach unten gezogen und während mein Segway noch nach vorne fuhr, hat mich die Lanze nach hinten rausgedrückt und naja, Physik und so. Nichtsdestotrotz war das eine verdammt spaßige Veranstaltung, die ihr euch auf jeden Fall hier nochmal angucken könnt. Ich habe euch ein Video davon gemacht, so einen Vlog, beziehungsweise einen D-Log, wo ihr irgendwie 15 Minuten Behind-the-Scenes-Material sehen könnt. Und auch auf dem YouTube-Channel, Last Man Standing heißt das Ding, dort könnt ihr euch die 14 Teile, die das Ding umfasst, angucken. Es waren ungefähr 9,5 Stunden, die das Ganze ging und tatsächlich kaum Hänger drin. Es gab so ein paar technische Problemchen und es gab auch so ein paar Spiele, die jetzt nicht so wirklich funktioniert haben. Aber allein dafür, dass Kung-Food drin waren und die Prügelspiele und am Ende das coole Paintball-Game, dafür hat es sich gelohnt. Ein dritter Teil soll kommen, wie mein Video auch schon irgendwie verlauten hat, lassen. Zumindest würden wir als die Spieler uns darauf freuen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es mir wieder ein bisschen kleiner wünschen, denn das Studio war wirklich so exorbitant groß. Das hat so ein bisschen die familiäre Nummer daraus genommen, denn beim ersten Teil waren wir halt alle auf dieser Couch und jetzt hat sich das so ein bisschen so verkrümelt. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich hätte ja voll Bock auf so etwas wie Duell um die Welt mit Joko und Klaas, wo so drei Stunden, das könnte man ja auch kürzen, weil acht finde ich schon ein bisschen krass. Und dann so TV-mäßig, wo man im Studio ein bisschen zockt und draußen dann zum Beispiel so ein Rennspiel auf so einer DTM-Strecke nachfährt. Warum eigentlich nicht, finde ich ganz cool. Vielleicht wäre das ja was fürs ProSieben-Arm-Programm. Letzte Woche sind durch meinen Facebook-Stream ganz viele Videos irgendwie durchgelaufen, wo die Leute Bilder gepostet haben oder Videos gepostet haben vom Playstation 4 Launch. Und in ganz vielen Mediamärkten habe ich da Sachen sehen müssen, die ich aus Deutschland so nie erwartet hätte. Das sah nämlich tatsächlich aus, als wäre in irgendeinem Walmart in Amerika die Schlüpfeabteilung wieder um 20 Cent mit den Preisen runtergegangen, denn da ist ja dann immer totaler Ausnahmezustand. Und jetzt gab es in Amerika den Black Friday, das ist so der traditionelle Shopping-Tag nach Thanksgiving, wo die ganzen Verkäufer und Shopping-Malls mit ihren Preisen zum Teil drastisch nach unten gehen. Und deswegen passiert sowas. Unglaubliche Bilder, die sich da zum Teil abzeichnen. Da müssen Wachmänner mit Trillerpfeife rumstehen, um der halb wahnsinnig werdenden Meute Einhalt zu gebieten. Für mich sieht das ein bisschen aus wie World War Z. Ganz krasse Scheiße. Warum Leute das machen? Wegen einem Toaster. Kann man den sich nicht in der normalen Saison kaufen? Der kostet doch nichts. So und jetzt wird es mal Zeit für ein Comic-Update. In der Welt der bunten Bildchen passiert gerade besonders viel, beziehungsweise drumherum. Denn viele, viele Comic-Sachen werden gerade verfilmt. Unter anderem The Amazing Spider-Man 2. Die Fortsetzung dieses Reboots ist gerade der Trailer rausgekommen und der sieht schon verdammt awesome aus. Das sieht technisch ziemlich geil aus und vor allen Dingen hat das so eine düstere Note, die ich bei so Comic-Verfilmungen immer mag. Ich glaube, die versuchen sich gerade so ein bisschen an The Dark Knight anzupassen, wobei Spider-Man ja immer so ein bisschen humoriger war. Was mich stört, sind aber die drei Bösewichter im Trailer. Es gab ja schon in Spider-Man 3 gleich drei Bösewichter, nämlich Random, den Sandman und den Green Goblin. Und das waren definitiv zwei Bösewichter zu viel. Und jetzt hast du Rhino, Electro und den Green Goblin. Ich weiß nicht, das könnte schon wieder viel zu viel werden. Denn wie man zum Beispiel im Joker gesehen hat, funktioniert das ja auch hervorragend, wenn man nur einen einzigen Bösewicht hat. Ich persönlich hätte mich ehrlich gesagt auf einen ganz anderen Spider-Man-Bösewicht gefreut. Vielleicht kommt der ja in einem möglichen dritten Teil, nämlich ihn hier. Mysterio war immer einer der coolsten Bösewichter aus meiner Jugend, wobei ich mir natürlich schon vorstellen kann, dass so ein Bösewicht mit einer riesigen Fischglocke auf dem Kopf jetzt eher lächerlich aussehen würde. Und dann eine Meldung, die wahrscheinlich ganz vielen von euch da draußen eher so kleine Fragezeichen über den Kopf generieren wird. Aber mich als großem X-Men-Freak hat das total begeistert. Bryan Singer hat diese Woche angekündigt, dass nach X-Men First Class 2 Days of Future Past, wo ja jetzt vor kurzem gerade der Trailer rausgekommen ist, noch ein weiterer X-Men-Film in dieser neuen gerebooteten Version kommen wird. Und zwar heißt der X-Men Apocalypse. Sagt euch nichts, dann habt ihr wahrscheinlich eine der coolsten Comicreihen aller Zeiten verpasst. Denn X-Men Age of Apocalypse war Ende der 90er oder so ein absolutes Brett. Das ging über ganz, ganz viele X-Men-Hefte und auch diese kleinen Nebenprojekte, die damit zu tun haben, haben sich dann wochenlang nur darum gedreht. Es ging darum, dass Professor Xavier in einer alternativen Zeitlinie gestorben ist, beziehungsweise getötet wurde und die X-Men dadurch nie unter seiner Obhut formiert wurden. Und dadurch hat sich irgendwie eine neue Herrschaft ergeben unter dem Mutanten Apocalypse. Und nun werden die nicht so richtig in X-Men von Magneto angeführt, der in so einer dystopischen Zukunft, wo die Sentinels alles zerstört haben, dagegen kämpft, dass die X-Men und die Menschen ausgelöscht werden. Das ist eine verdammt düstere Comicreihe gewesen, die ich für eine der besten halte, die es je gegeben hat. Und das jetzt auf der großen Kinoleinwand? Ja, bitte, da bin ich sofort dabei. 2016 soll das Ding kommen und wahrscheinlich wieder von Bryan Singer gedreht werden, der ja auch X-Men 1 und 2 gemacht hat. Ich freue mich drauf. Die letzte News diese Woche in diesem Bereich hätte ich so gar nicht erwartet, denn Zack Snyder, der ja gerade Superman vs. Batman oder Batman vs. Superman vorbereitet, der hat gesagt, dass er eine Hauptdarstellerin für Wonder Woman gefunden hat und zwar diese junge Dame. Die kennt ihr wahrscheinlich aus The Fairest and the Furious. Madame heißt Gal Gadot und die wird künftig in den Körper der griechischen Amazonengöttin schlüpfen, die bisher irgendwie noch nie auf die Leinwand gefunden hat. Da wird schon so ein bisschen ersichtlich, wohin die Macher wollen, denn die haben ja als Langzeitplan sich gesteckt, dass sie so einen Gegenentwurf zu den Avengers machen wollen. Also die Justice League of America, die vielleicht ein paar von euch kennen. Ein JLA-Movie wird schon seit einer ganzen Zeit geplant und Batman vs. Superman wird so den Grundstein dazu legen. Das heißt, jetzt wird Wonder Woman eingeführt und letzte Woche gab es auch Gerüchte, dass Cyborg darin zu sehen sein wird. Von daher könnte das ein echtes Superhelden-Fanfest werden. Hallo, ich bin's, Lindsay Lohan. Die abstruseste Nachricht der Woche war, Lindsay Lohan verklagt Rockstar. Jetzt werden vielleicht einige denken, so Lindsay Lohan ist das nicht die, die wir aus so großartigen filmischen Meisterwerken kennen wie... Und... Kennt man das wie aus dem Gesicht geschnitten, das muss ich sein. Boom, Klage. Und dann nimmt sie auch noch Anstoß an einigen Missionen im Spiel. Denn es gibt so ein paar Nebenmissionen, wo man auf so einen Paparazzo trifft, mit dem man dann so eine gescheiterte Schauspielerin verfolgen muss, die mit gerade dabei war, ihr eigenes Sextape aufzunehmen. Ist eine ganz lustige Nummer, aber eigentlich nicht viel mehr als so eine sehr offensichtliche Kritik an diesem Hollywood-Klatsch-VIP-Scheiß. Mittlerweile hat sich Shelby Wallander zu Wort gemeldet und das ist die junge Dame, die tatsächlich als Model für dieses Bild zur Verfügung stand. Und die hat sogar den Gehaltscheck, den Rockstar ihr ausgestellt hat, als Beweis beigelegt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt gar nicht erklären, woher dieser Gedanke kommt. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder gleich jeden verklagt, weil er irgendwo sich dran sieht. Ey, die hat zwei Augen und eine Nase. Der bin ja wohl ganz deutlich ich. Noch ist das Ganze irgendwie so eine Gerüchtenummer, beziehungsweise nichts Halbes und nichts Ganzes. Also eine Klage wurde wohl auch noch gar nicht ausgesprochen. Wenn es aber dazu kommen sollte, dann schätzen sehr viele Experten die Chancen von Lindsay Lohan extrem gering ein. Denn weder wird ihr Name wirklich genannt, noch wird ihr Konterfeil benutzt. Das heißt, das sind nicht mal Ähnlichkeiten, die dazu zum Tragen kommen. Vielleicht als kleiner Tipp, Lindsay, such dir doch einfach einen vernünftigen Job, dann kriegst du auch deine Kohle. So und für mehr Gaming-Kram solltet ihr auf jeden Fall am Dienstag in die Game News von Hi5 reingucken. Die sind letzte Woche gestartet und da werde ich euch dann am Dienstag sagen, was heute Abend bei den VGAs, also den Video Game Awards, bekannt gegeben wird. Es rechnen ja viele mit einem Fallout 4, weil da jetzt seit Wochen schon irgendwelche dechiffrierbaren Codes irgendwie herumwandern. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ein neues Tomb Raider kommt auf jeden Fall. Dazu mehr also dann am Dienstag in den Game News bei Hi5. Da kommt ihr hier hin und hier könnt ihr euch nochmal Last Man Standing 2 angucken. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann werde ich euch die News möglicherweise sogar mit Amazon Prime direkt ins Haus reinbomben. Dann müsst ihr nicht mal mehr das Haus verlassen. Wobei ihr das ja jetzt auch nicht machen müsst. So ein Quatsch. 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 Vielen Dank.